Sanja, Sanja Sloan 007? Sanja Sloan? Hallo? Hallo? Sanja Sloan? Sanja Sloan? Hallo? Sanja Sloan? Sanja Sloan? Hallo? Sanja? Sanja Sloan? Hallo? 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 Ah, hallo? Hallo? Mein Mikro ist, äh, I don't know. Hey, alles gut, alles gut, wunderbar. Ich mach einfach das Intro jetzt, wo du schon mal drinnen bist, okay? Okay, okay. Wir zocken weiter Random Duos. Wir haben jetzt hier gerade, äh, Sanja Sloan 007 dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Okay. Kannst du, kannst du Deutsch sprechen? No. Okay, ist ja egal. Wenn wir die Runde gewinnen, bekommst du 100 Euro. Ist das für dich in Ordnung? Mhm. 100 Euro? Slowly, please. Wenn wir die Runde gewinnen, bekommst du 100 Euro über Paypal, okay? Okay. Super. Ey, Sanja Sloan, sorry, dass ich dir am Anfang so angeschrien hab, ne? Ähm, hier. One second. I speak English. Ah, okay. Okay, dann sprichst du Englisch, ich rede Deutsch oder wie wollen wir das machen? Ähm, nicht. Oh, ich werd angeschossen. Jetzt geht's los. Sanja Sloan 007, bist du bereit? Ah. Schüsse auf mir. Oh, Englisch, please. I don't understand. Hab'n 100er Prezi. Dein Mate ist da unten. Achtung, obacht jetzt mal. Könnte noch knifflig werden. Ich glaub, der schießt auch auf dich. Ja, ich hab ihn im Visier. Der ist weiße, 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 weiße. Hier ist ein weiße. Hab'n, hab'n. Ich find' den Spiderman-Spider-Mann-Spider-Mann-Spider. Okay. Hilf' mir, bitte. Ich komm, ich komm, ich komm. Halt durch, halt durch. Hab'n! Let's gooo! Sanja, übeln, nice. Well played. Thank you. Äh, ja, okay. Äh, Sanja, wo kommst du her? Where do you come from? I'm from Russia. Ah, okay. And you? I'm from Germany. Hallo. Hallo. Ich hab' nicht gefunden, dass ich nur Sacher gefunden habe, aber wenn ich nur Sacher gefunden habe, dann würde ich nur Sacher, dann würde ich nur Sacher sein. Oh, nur Sacher, dann würde ich nur Sacher sein. Okay. Ich bin gut. Was ist dein Name? Ja. Ja, ich bin gut. Was ist dein Name? Ich bin Sanya. Ah, okay. Oh, ich bin Max. Äh, ich bin live auf Twitch. Do you know Twitch? Ich weiß Twitch, ja. Ah, okay. Ich hab' ihn. White, white. One shot, one shot. One shot. Gegner hinter uns, hinter uns. Keine Schüsse mehr. Er ist hier. Mit mir. Hab' ihn. War'n, äh, war'n Bot. Alles easy, war'n Bot. Au. Oha, pass mal auf da lieber. Oh nein, Sanya. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Wir haben das. Ist your card safe? Ja. Clean, oder? Ich bin clean. Ich bin clean. Ich bin clean. Let's go. Wo ist deine Karte? Wo ist deine Karte? Äh. Right. Right. Nein, nein, nein. Nein, nein. Right. Oh, ich sehe. Ja, ja, ja. Aha. Deine Karte ist weg. Äh, 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 und mein Leben auch. Oh. Ja. Äh, Sanya. Ja. Gut gespielt. War'n neiße Runde auf jeden Fall. Danke. Willst du noch jemanden grüßen, irgendjemanden? You want, äh, to go, to duo with me? No, thanks. I'm fine. Thank you very much for the duo game. Ah, okay, okay. Okay. Äh, thanks again. Bye. Bye. So. Ah, ich hatte seine Karte. Ich hatte seine Karte schon. Ah, ich hatte die Karte schon. Super. Schade, dass wir mit 5 Minuten Delay streamen. Ah, war ne coole Runde. Das hat mal wieder bewiesen, dass die Sprachbarriere nicht existiert. Hallo? Du musst reden, sonst ist das war's das. 3, 2, 1. Vorsicht. 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 Was ist das überhaupt für ein Name? Hallo? Okay, tschüss. Ich suche den Mucht. Wir müssen mehr Leute finden. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Wie stark ist der Folgegegenstand, wenn du ihn verwendest? Zu schwach. Ich hab einfach direkt angekreuzt, dass ich keinen Skill hab. Wenn die Gegner ihn haben, ist er zu OP. Wenn ich ihn hab, ist er zu schwach. Dadurch krieg ich jetzt krassere Noob-Lobbys, weil er ein Epic Games sofort checkt. Alter, ist der bad. Oh, das ist ein sehr geiler Tanz, mein Lieblingstanz. Mach das nochmal. Nee. Ich bin mit Trimax in der Runde. Alter, hallo. Guten Tag, Trimax. Hast du ja per Zufall reingekommen? Ja, tatsächlich. Ich bin gerade eben vom Essen wiedergekommen und dann meinte mein Kumpel Trimax streamt. Ich hab aus Spaß einfach hierfür gecued. Oh ja. Tatsächlich bin ich jetzt mit dir in der Runde. Let's go. Und wärst du aus Spaß ein Gegner von mir? Was hättest du dann gemacht? Das weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich, also ich bin einmal jetzt gecued. Ja. Wäre ich jetzt aus Spaß. Aus Spaß, okay, ja gut. Dann let's go. So, wo magst du landen? Du bist der Käpt'n. Wollen wir jetzt gewinnen oder wollen wir Kills machen? Beides. Dann... Let's go. Guter Ping. Wie gut bist du von 1 bis 10? Vielleicht eine 6 oder so. Okay, und was bin ich? Dann du bist, würde ich sagen, bist eine 7. Also ich bin eine 7? Okay, dann steht ja den Win nichts mehr im Wege, ne? Genau. Mein Freund ist mit mir im Discord, der lacht sich die ganze Zeit aus, weil er jetzt in mir nicht glaubt, weil du 5 Minuten Delay hast. Das ist nicht gut, weil du 5 Minuten Delay hast und er glaubt mir nicht, dass ich mit dir in der Runde bin. Oha. Der war vor mir gelandet, der hatte die Waffe vor mir. Schade, aber 1 HP. Jetzt hat das Delay bei ihm. Ja, ist egal. So, ich geb mir Mühe, dich irgendwie zuwiderzubekommen. Kein Problem. Der war bad. Der ist auf 1 HP runter. Ganz kurz, meine Mutter ist gerade drin. Grüß dich von mir. Da hast du schon zocken, Hausaufgaben gemacht, Zimmer aufgeräumt oder hast du einfach direkt die Playser angemacht? Ich spiel auf PC erstmal und eigentlich darf ich zocken, ja. Ja, also eigentlich hat mir gefallen, aber... Aber ich muss, glaube ich, mit meinem Hund gehen oder so. Oha, das kenn ich, das war immer so ein Ding. Wie oft musst du mit meinem Hund rausgehen die Woche? Unterschiedlich. Also eigentlich muss ich gar nicht mehr so... Also ich muss ziemlich selten mit meinem Hund rausgehen. Das nehmen mir meine Eltern eigentlich ab. Okay. Aber abends immer, also so um 21 Uhr oder so. Kein Stress. Kein Stress. 30.000 Live-Viewer. Ganz ruhig. Sauber. Ey, yo, was? Am Arsch, du bist eine 6. Das war... Das war eine 9. Nein, nein, nein. Du hast die beide one-pumpt. Die hatten gar keine Chance gegen dich. Ja, die hatten beide 40 HP. Ja, ich hab sie low geschossen. Nice. Oh, mein Gott. Oh, da hab ich zu früh nice gesagt. Das war's schon. Das ist ja scheiße. Da kommt ein Typ mit 5 HP und gibt dir einen Fünffach-Headshot. Keine Ahnung. Grüß deinen Hund von mir und dann viel Spaß und noch einen schönen Abend, ne? Hau rein. Bitte. Wie wird das denn gelasert? Was für ein Mist. Hallo, kann mich jemand hören? Ja, ich kann nicht hören. Ey, nice. Let's go. Seid ihr ein Dreier-Team? Nein. Seid ihr alles randos? Ja. Wie geil. Willkommen im Format. Wenn wir gewinnen, kriegt ja jeder 50 Euro. Ah, ja. Wo wollen wir landen? Genau. Auf jeden Fall. Ach so, ist echt jetzt. Glaubt ihr mir nicht? Ironisch gemeint, ne? Nein, ich glaub's dir nicht wirklich. Tut mir leid, aber... Kennt ihr Maxi von Twitch? Maxi. Ja, nee, Trimax. Trimax heiß ich. Ja, das... Ja. Hab ich schon geguckt, so. Ja, das stimmt. Passt auch schon. Kommt schon bekannt vor, ne? Ihr seid dabei. Ihr seid Kandidaten. Random Squads. Jeder, der zielt, schaumt 50 Euro. Das ist der echte? Ich bezweifle. Viele benutzen Soundboard. Ja. Aber ich kling schon ein bisschen ähnlich wie der, oder? Mhm. Hier landen viele stark contested. Wir brauchen auf jeden Fall den Win. Ihr seid die letzten Kandidaten des heutigen Tages, okay? Ja, ich bin gar nicht so, ob das das Problem ist. Ich glaube, der verarscht uns. Egal, ob man uns verarscht oder nicht. Man kann ja trotzdem versuchen, nirgends zu holen. Das ist die richtige Einstellung. So, die Frage ist, wie gut seid ihr? Ich spiele Assessiv und 8. Okay. Dass ich nicht gerade ein begnadeter Gamer bin, das ist ja auch bekannt, ne? Also sagen wir's mal so. Wenn du wirklich bist, so ein paar Videos hab ich von dir gesehen, da hast du auch ordentliche Snipes und so alles dumm und dran getroffen. Die Snipes, ja. Aber der Shotgun Aim? Da muss ich sagen, Respekt. Aber Shotgun Aim bin ich dort. Ich bin doch nicht wirklich der Beste. Einer noch. Sauber. Da hätten sie Gegner. Ja, das machen wir. Das ist unsere Runde. Aber Suprima redet nicht. Na, das redet noch nicht in Male. Das ist das Ding. Der ist gelästigt. Der ist gelieft? Ja. Aber der hat mir eine Frage geschickt. Da kommt einer. Oh, ja. Okay, wenn man es so sieht, kann man schon sagen, man kann schon denken, dass du der Echte bist. Weil du hast doch deine Dings hier als nicht angenommen. Korrekt. Das steht außer Frage, ob ich der Echte bin oder nicht, oder? Ja, aber jetzt mittlerweile. Du mittlerweile? Ja, weil, tut mir leid, aber TikTok, ich sag's mal so. Alles von der Soundboards, ne? Ja, 50, wenn nicht mehr als 50 Prozent, ist fake. Könnte es sein, dass du live bist. Ja. Achso, deswegen bekommst du die Anfragen. Ja, genau. Ich seh's auch gerade. Ja, komm mal. Ich hab mich gerade schon gewundert. Genau so ist es. Ey, wie gut seid ihr von 1 bis 10? Und wie alt seid ihr von 1 bis 20? Schätz mal, wie alt ich bin. Boah, schwierig. Du könntest sowohl 21 sein, aber du kannst auch 15 sein. Also? Sagen wir es mal so, ich bin 16. Okay. Ach krass, 16, okay. Heftig. Wie alt schätzt du mich? Ähm... Ich schätze dich 14. Älter. Älter? Aber älter hätte ich dich jetzt auch nicht geschätzt, no front. Dann 16 auch. Ich bin 2004 geboren. Warte, 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 warte. 2004, wann war das? Scheiße. Wie alt ist man dann, wenn man 2004 geboren ist? Ich bin 17. Warte, wann hast du Geburtstag? Das ist die Frage. Dezember. Ja, welcher? 13. Oh, Obacht. Warte mal, bin ich gerade los oder ist es heute? Habt ihr einen und einer von euch hat den anderen? Ja, traurig. 13. Dezember, das ist heute. Mhm. Du hast heute jetzt gerade Geburtstag. Ich hatte heute Geburtstag, ja. Du hast heute Geburtstag? Dann wünsche ich dir alles Gute. Ey, alles Gute. Dankeschön. Und wenn du gewinnst, hast du hier von dem Kollegen, ja, dann... Oh, das kommt ja auch noch. Also wenn es stimmen sollte, so, dann, naja, ist so, ne? Da hinten 90er. Da hinten zwei. Da hinten zwei. Da hinten drei Stück von oben. Das ist ja mehr. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir müssen ein bisschen weiter in die Zone rein, das ist das Problem. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, aber es leben nicht mehr viele. Hm, ich bin noch fast, ja. Noch ein 90er im Haus. Sauber. Ey, sieben Gegner noch, das sind diese zwei Teams, die wir hier gerade sehen, die ganze Zeit. Ja, ich könnte nur ein werden. Und wenn es gut spielen. Hab ein Down. Versuchen zu finishen, habe ich gefinished, sauber. Müssen wir so oder so. Hab ein gesnipet. Haben noch einen Kill. Heiß. Da Leute getötet. Brauchen unbedingt Heilung. Da war dann noch ein Mediator unter uns, ne? Ja. Warte, ich höre es mal schnell. 190er Headshot snipe, noch einen direkt reingeballert. Die sind alle im Arsch, das sieht gut aus. Ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre für dich. Ja, ich bin hier. Hier. Haltet sie schön low, haltet sie schön low. Wir müssen weiter in die Zonne. Hab einen Down, hab einen Down. Können wir pushen, wollen wir pushen? Hier im Haus ist einer. Hier im Haus direkt ist einer. Haben wir. Nice. Scheiß mal auf die Dinge. Hab einen 150er. Einer Down. Nein, dort auch nicht. Nice, einer Down. Hab ihn, holy shit. Was? Nice. Was? Es ist einfach die letzte Runde und dann der Sieg? Nice. Holy shit, war die Runde geil. Ja. Sechs Kills, sieben Assists. Das schmeckt schon. Ich fass es nicht. Ich hab sieben Kills, das war ein Kail-Record, die Season. Ey. Willst du dann noch eine Runde mehr zocken, oder? Auf keinen Fall. 20.30 Uhr, die anderen warten schon. Kyle, dir noch einen schönen Geburtstag. Einfach sehr richtig geil. Das heißt, wann legst du dann ein? Euch beiden dann noch einen entspannten Tag. Das war mega. Haut rein, tschüss. Tschau. Digga, sind Random Duos und Random Squats OP. Das war aber auch... Ich hab auch einfach richtig gezockt. Also ich war... Ich will mich jetzt nicht zu sehr pushen, weil Eigenlob stinkt, aber ich war richtig on fire. Holy shit, hab ich die Lobby hier aufgeräumt. Selten hab ich so viele Teams einfach umgekrempelt. Das ist ja ein Traum. Geil, ey. Geil, geil, geil. Also das ist ja... Das ist der Wahnsinn.